Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört hier gerade Diamate McCulloch, einen britischen Historiker, der für die BBC 2009 eine sechsteilige Dokumentation über die Geschichte des Christentums produziert hat. Die Serie basierte auf seinem Buch A History of Christianity – The First 3000 Years und dieses Buch bespricht heute für euch der Philosoph Dr. Andreas Edmüller. Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an Matthias Krause und das Team vom Ketze-Podcast. Es freut mich, dass ich meine Rezension an dieser Stelle vorstellen darf. Es geht um das Buch A History of Christianity – The First 3000 Years von Dear Maid McCulloch. Warum habe ich mich mit dem Buch beschäftigt? Als Religionskritiker bin ich immer auf der Suche nach zuverlässigen und vollständigen historischen Darstellungen des Christentums. Oft vermengen christliche Autoren leider ihre Glaubensgewissheit mit der historischen Wahrheit oder sie schaffen es nicht, irgendwelche religiösen Legenden einmal ganz nüchtern auf deren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Bisweilen lassen sie auch besonders peinliche Fakten und Ereignisse einfach weg. Als Leser hat man das alles schon erlebt. Das Buch, das ich hier bespreche, das erfüllt meine Ansprüche an Solidität im Großen und Ganzen. Es hat zwar einige Schwachstellen, ist als erster Einstieg in die Geschichte des Christentums und seiner Kirchen unter Berücksichtigung dieser Schwächen aber ganz gut geeignet. Ich werde zuerst ein paar Informationen zum Autor geben, dann einen Überblick zu Inhalt und Stil des Werkes anbieten, gehe dann genau auf die Stärken ein, die mir aufgefallen sind, kommentiere die durchaus vorhandenen Schwächen des Buches und schließe mit einer Gesamteinschätzung meine Rezension des Buches ab. So, zuerst mal zum Autor. Wer ist eigentlich der Autor? Diamaid McCulloch ist Professor der Theologischen Fakultät in Oxford. Er ist am St. Cross College. Er ist Anglikaner und bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. Er gilt als einer der führenden britischen Experten für die Geschichte des Christentums und dessen Kirchen. Dazu hat er verschiedene Werke verfasst im Laufe der Jahre, zum Beispiel zu Heinrich VIII. und zur Geschichte der Reformation. Das Buch, das ich hier bespreche, ist schon 2009 erschienen und war im selben Jahr die Grundlage einer Fernsehserie der BBC. 2015 war ebenfalls bei der BBC eine mehrteilige Serie McCullochs mit dem Titel Sex and the Church zu sehen. Worum geht es in dem Buch? Das Buch beschreibt und kommentiert auf etwa 1200 Seiten, ja genau, 1200 Seiten, ziemlich lang, die Geschichte und die Entwicklung des Christentums und seiner Kirchen. Zuerst möchte ich ein bisschen was zur Zielsetzung und zum Inhalt sagen und dann ein paar Bemerkungen zum Stil des Autors, einfach damit die Hörer des Ketzer-Podcasts sich ihr zuverlässiges Bild zum Buch machen können. Zur Zielsetzung des Buches. McCulloch geht es nicht darum, den Forschungsstand in jeder Hinsicht jetzt kritisch zu beleuchten oder auf den Kopf zu stellen. Sein Ziel ist er anderes. Er möchte einfach die Geschichte des Christentums weltweit in all seinen Etappen und Verzweigungen zuverlässig und kompakt, also in einem Band, schildern. Dazu muss er natürlich Prioritäten setzen und man kann nicht erwarten, dass jedes Teilthema wirklich intensiv beleuchtet wird. Aber das sollte jedem Rezensenten auch klar sein. Zum Inhalt. Das Buch hat insgesamt sieben Teile und 25 Kapitel. Teil 1 behandelt die Wurzeln des Christentums bzw. seiner Inhalte im Judentum des Alten Testaments, im antiken Griechenland und in Rom. Der zweite Teil skizziert die verschiedenen Einflüsse und Wege, auf denen das Christentum seine Inhalte formuliert und ausformuliert hat und wie es dann zur Staatsreligion in Rom wurde. Der vielsagende Titel dieses zweiten Teils ist, ich zitiere, One Church, One Faith, One Lord. Im 5. Jahrhundert gab es das Konzil von Schalkedon. Dort wollten christliche Gelehrte und Autoritäten in aller Ruhe und unter Aufbietung aller möglichen Vernunftargumente die christologischen Inhalte ihrer Religion näher bestimmen. Also den genauen Status von Christus, Jesus in Bezug auf Jachwe, Gott und den Heiligen Geist und so weiter. Ja, man kann sich ja als geübter Hörer des Ketzer-Podcasts schon denken, was bei sowas herauskommen muss. Das kurz- und mittelfristige Ergebnis war die Aufspaltung des Christentums in seiner Kirchen in drei Hauptäste und zahlreiche Verzweigungen dieser Äste, deren weitere Entwicklungen die drei folgenden Teile des Buches skizzieren. Das trifft übrigens auf alle sieben der ökumenischen Konzilien im ersten Jahrtausend zu, die McCulloch alle beschreibt. Das Resultat war eigentlich immer eine Aufsplitterung oder Trennung und nicht wie beabsichtigt eine Einigung der Christenheit. Soviel schon mal vorweg zu der These, Religion sei der Kitt jeder Gesellschaft und für einen Zusammenhalt wahnsinnig wichtig. So, weiter mit dem dritten Teil des Buches. Der setzt im Jahr 451, also mit diesem Konzil in Schalkedorn an und beschäftigt sich bis 1500 mit der Geschichte des Ostchristentums, also dem Christentum in Afrika, dem Mittleren und Nahen Osten sowie den östlicheren Teilen Asiens. Dabei spielt dann auch der Islam eine wichtige Rolle. Ein interessantes Detail, das für mich auch neu war, beinahe wäre das Christentum bei den Mongolen unter Genghis Khan und unter Kublai Khan die dominante Religion geworden. Tja, das hätte uns gerade noch gefehlt, Genghis Khan als Papst. Der vierte Teil des Buches skizziert für den Zeitraum von 300 bis 1300, wie der römische Teil des Christentums zu so viel Einfluss und Macht kommen konnte. Teil 5 beschäftigt sich dann mit dem dritten Hauptast des Christentums, also dessen orthodoxen Kirchen und Glaubensvarianten. Die Untersuchung spannt den Bogen wieder von 451 bis 1800. Der sechste Teil verfolgt dann von 1300 bis ins Jahr 1800, wie sich über verschiedene Reformbewegungen hinweg das westliche Christentum immer wieder spaltet und verzweigt, spaltet und wieder verzweigt, aber auch in der Welt ausbreitet. Leider, ja, shit happens. Die Reformation, die Reconquista in Spanien, der Sonderweg in England und Schottland, der 30-jährige Krieg, Missionierungen in den Kolonialreichen und die enorme Vielfalt nach reformatorischer Sekten und Glaubensvarianten sind dabei wichtige Themen. Ich komme zum Abschluss dieses inhaltlichen Überblicks. Der letzte und siebte Teil beginnt dann 1492 und beschreibt den Weg der Christenheit bis hinein in die direkte Gegenwart. Also es geht um die Aufklärung, die französische Revolution, Sklaverei und der Kampf diverser Christen gegen die Sklaverei, das Christentum in Korea, in den Kolonialreichen in Australien, Afrika, Indien und natürlich Amerika. Die beiden Weltkriege sind einige Schwerpunkte. Im letzten und 25. Kapitel geht McCulloch dann auf sehr gegenwärtsnahe Aspekte ein. Die Rolle des Christentums im Rahmen der Apartheid in Südafrika, Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Außerdem bespricht er die Einflüsse der evangelikalen und fundamentalistischen Christen in den USA auf die Politik und die Rolle diverser Päpste bei der Ausgestaltung der sogenannten christlichen Sexualmoral. Man sieht also schon über eine Skizze des Inhalts, dass das Buch tatsächlich um eine seriöse Gesamtausstellung bemüht ist. Alle möglichen Themen, die gerade von christlicher Seite gern vermieden werden, werden angesprochen. Soviel erstmal vorweg zum Inhalt. Bevor ich dann zu meiner eigentlichen Kritik komme, möchte ich noch ein paar Worte zum Stil des Autors oder des Buches anbringen. Das Buch ist erfreulich angenehm zu lesen. Angelsächsische Historiker legen ja generell sehr oft sehr großen Wert auf Lesbarkeit und Verständlichkeit. In diese leserfreundliche Tradition gehört dieses Werk. Es richtet sich also ganz bewusst und gezielt an eine breite Öffentlichkeit und eben nicht an einen kleinen Expertenzirkel, der eh schon mit einem Großteil der Fachliteratur vertraut ist. Überdies hat der Autor für einen Christen erstaunlich viel Humor. Hier ein Beispiel, mit dem er einen Aspekt seiner eigenen Einstellung zum Christentum beschreibt. Ich zitiere Zitat Ende. Außerdem ist der Autor keiner dieser klassischen, so oft so dicke Bücher schreibenden Apologetik-Fundamentalisten. Also Kritik am Christentum gilt ihm weder als Sünde, noch ist sie ihm fremd. Ganz klar ist seine Gesamteinschätzung dazu. Ich zitiere wieder. For most of its existence, Christianity has been the most intolerant of world faiths, doing its best to eliminate all competitors. Ja, stimmt, da kann man nicht gut widersprechen. Bevor ich nun zur Diskussion der Stärken und Schwächen komme, noch ein paar Worte zu meiner Aufgabe als Rezensent beziehungsweise zu dem Dilemma, in dem ich da angesichts dieses Buches stecke. Es ist ganz einfach erklärt, das Buch ist mit all seinen Vor- und Nachteilen einfach viel zu umfangreich für wirklich systematische und vollständige Diskussionen. Meine Lösung schaut so aus. Ich werde ohne Anspruch auf Vollständigkeit aus ganz persönlicher Sicht auf einige für mich, wenn wir angstwerte Stärken und Schwächen des Buches eingehen und meine jeweilige Einschätzung klar begründen. Das hilft dann hoffentlich unseren Hörern dabei, sicher erst das Bild von dem Werk zu machen. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Stärken des Buches. Ich beginne gleich mit dem Hauptplus. Das Hauptplus liegt darin, dass das Buch einen weitgehend vollständigen und zuverlässigen Gesamtüberblick liefert. Wann, wo und wie ist das Christentum entstanden? Wann ist was im Christentum passiert? Welche Erklärungen gibt es dafür? Ich konnte da keine großen systematischen Lücken erkennen. Es handelt sich insgesamt um solide handwerkliche Arbeit. Das ist keine Trivialität. Ein so langer Zeitraum muss erstmal kompetent und halbwegs übersichtlich in einem Band erfasst werden. Ein Beispiel dazu. Für mich persönlich war oder ist besonders interessant die ausführliche Darstellung der Geschichte der Ostkirchen, also der Kirchen im heutigen Nahen und Mittleren Osten, in Afrika, zum Beispiel Äthiopien und Asien, wie Länder wie China oder Korea. Aber da hat sich die eine oder andere Erkenntnis zur aktuellen Lage in Ländern wie Syrien, Ägypten oder Irak für mich ergeben. Zweitens ist für das Buch charakteristisch, dass der Autor immer wieder einmal seinen ganz eigenen Interessen beziehungsweise seinen speziellen Schwerpunktsetzungen folgt. Das ist in aller Regel recht unterhaltsam und informativ und wird es wenigstens nicht langweilig. Dazu drei Beispiele, damit die Leser einschätzen können, auf was sich da einlassen. Beispiel 1. Im Zusammenhang mit den Ostkirchen geht Mekulach vergleichsweise ausführlich auf die christliche Subkultur der Säulenheiligen ein. Also die haben tatsächlich oft den größten Teil ihres Lebens in einem Korb auf einer hohen Säule verbracht. Um einen solchen Säulenbewohner herum hat man sogar mal eine ganze Kirche gebaut. Also zu seinen Lebzeiten wohlgemerkt. Einfach so eine Kirche um diesen Säulenheiligen aus seiner Säule herum hochgezogen. Gemeinhin galten diese Säulenheiligen als sehr weise und kluge Männer und waren meistens der Meinung, dass alle anderen Säulenheiligen die falschen Ansichten zum wahren Glauben haben. Das kennen wir ja aus diversen Religionen. Ich vermute, dass sich deshalb auch das Modell der Einmahnsäule durchgesetzt hat. Also von mehr Personensäulen wird jedenfalls in dem Buch nichts gesagt. Wobei Mekulach die naheliegende Frage nicht beantwortet, woher jetzt der eine Säulenheilige wusste, welche Glaubensansichten sein Kollege auf der Säule ein paar Kilometer weiter hat. Jedenfalls, wie auch immer, das waren ganz eigene Persönlichkeiten, diese Säulenheiligen. Und das relativiert dann doch wieder meine Einschätzung des einen oder anderen prominenten Bischofs unserer Tage und seiner diversen Verlautbarungen. Es geht halt immer noch verrückter im religiösen Rahmen. Gut, das zweite Beispiel für diese Exkursneigung des Autors. Er liefert auch sehr detaillierte Betrachtungen zum Bilderstreit und dessen Zusammenhang mit den jüdischen und griechischen Einflüssen auf das Christentum. Hat auch mit der Frage nach der Zählung der zehn Gebote zu tun. Dabei geht es genau um die Frage, ob überhaupt Gott bildlich dargestellt werden kann und darf und falls ja, wie genau das dann aussehen kann, darf, soll. Also in Anbetracht der Tatsache, dass in den zehn Geboten ja steht, dass man sich kein Bild von Jachwe machen soll und in Anbetracht der Möglichkeit, dass Jesus ja eigentlich nicht direkt Gott ist, sondern eher sein Sohn und das natürlich jetzt direkt zu den Identitätsbedingungen der heiligen Dreifaltigkeit führt, wozu es ja wiederum ganze Schrankwände in christlichen Bibliotheken gibt. Ja, also wie, man sieht jedenfalls schon beim ersten Blick auf diese Gemengelage, wie komplex das Ganze ist und versteht dann auch, dass diese Fragen immer wieder zu Glaubens- und Kirchenspaltungen führen mussten, zwangsläufig. Geht ja gar nicht anders, ja. Natürlich mit den für die christliche Religion des Friedens und der Toleranz üblichen nonverbalen Diskursvarianten kurz. Auch die ausführliche Darstellung theologischer Scheinprobleme kann lehrreich sein. Das dritte Beispiel für diese speziellen Interessen des Autors. Inhaltlich weniger spannend fand ich erst einmal die immer wieder ausführlich skizzierten Varianten zur Form und den Inhalt des Gottesdienstes der einzelnen christlichen Kirchen und Sekten. Wird gesungen oder nicht? Mit Instrumentenbegleitung oder nicht? Mit welchen Instrumenten? Gitarre oder Orgel oder sonst was? Ganz wichtig auch, steht der Priester mit dem Rücken zu den Gottesdienstteilnehmern oder schaut er sie an? Wann und wie genau wird die Hostie hochgehalten oder soll man das ganz bleiben lassen? Und so weiter und so fort in allen Varianten. Allerdings ist der Unterhaltungswert, zumindest für einen Atheisten wie mich, sofort da, wenn man sich klarmacht, dass es auch über solche Fragen zu schwerwiegenden und zum Teil gewalttätigen Zerwürfnissen innerhalb der Christenheit kam. Also in der Grabeskirche Jesu in Jerusalem findet dieser Wettkampf der Liturgien ja immer noch statt. Regelmäßige Schlägereien unter Geistlichen mit eingeschlossen. Ich glaube, da gibt es sogar einige YouTube-Videos dazu. Wobei ich vermute, dass die Prügeleien jetzt nicht direkt zur Liturgie gehören. Vielleicht ist das ja so als Schmankerl für die Touristen gedacht, so wie das Schuhplatteln bei uns in Bayern beim Trachtenfest oder im Beerzelt. So, mein Zwischenfazit zu den Stärken des Buches. Ich habe im Internet auch noch einige andere Rezensionen geprüft. Mein Eindruck einer durchaus soliden historischen Darstellung wurde dabei bestätigt. Die Kritik an McCulloch kommt eher von irgendwelchen religiösen Hardlinern, die seine Darstellung in Bezug auf ihre spezielle Kirche oder Glaubensrichtung kritisieren oder eben ganz generell so unchristliche Nestbeschmutzung vorwerfen. Also die zentrale Stärke des Buches ist, dass der Autor in aller Nüchternheit und Breite die enorme Vielfalt dessen, was Christen unter dem wahren Christentum verstanden haben und verstehen, beschreibt und erläutert. Und damit drängt sich dem Atheisten natürlich folgende Befürchtung auf. Vielleicht ist das wahre Christentum ja noch gar nicht gefunden und das ganze Theater bisher war alles für die Katz. Und es geht demnächst erst richtig los. Da graust es einem wirklich vor so einer Vorstellung. Okay, wenn wir am Grauen sind, dann hätte man auch schon den Bogen zu den Schwächen des Buches geschlagen. Bis man 1200 Seiten durchgearbeitet hat, dauert das ja. Und auf diesem Weg hat es immer wieder Stellen gegeben, die mich enttäuscht haben und über die ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen geärgert habe. Was heißt das? Ich möchte hier drei Aspekte behandeln, die mir nicht gut gefallen haben an dem Buch. Zur ersten Schwäche. Also an einigen Stellen ist aus meiner Sicht die Darstellung zu oberflächlich beziehungsweise einfach unvollständig. Natürlich muss man bei so einem umfangreichen und vielfältigen Thema Kompromisse eingehen. Man kann nicht alles wirklich ausführlich behandeln. Mir ist aber aufgefallen, dass es an einigen Stellen, die für die Christenheit dann doch eher heikel und unangenehm sind, relativ zügig mit der Darstellung vorwärts geht. Und fairerweise sollte man hier auch einen milderen Umstand erwähnen. Man muss da schon berücksichtigen, dass so gut jede Phase seiner Geschichte für das Christentum sehr heikel und voller Peinlichkeiten ist. Dazu jetzt drei Beispiele für solche Oberflächlichkeiten, die mir beim McCulloch aufgefallen sind. Als Beispiel eins betrifft gleich die zentrale Person dieser Religion, nämlich Jesus Christus. Da wird eigentlich nie genau herausgearbeitet, was wir wirklich zu dieser Person Jesus wissen, wie zuverlässig die Evangelien jetzt genau sind und wie und warum in der Frühphase des Christentums Jesus zum Gott gemacht wurde. McCulloch vertritt zwar keine Glaubensinhalte als geschichtliche Wahrheit, wie gesagt, du hast ja angenehmer Zug an dem Buch, hält sich an der Stelle als Historiker aber zu stark zurück. Gerade bei so einer zentralen Thematik hätte ich mir mehr kritische Analyse und einfach mehr Biss erwartet. Falls die Leser da was nachlesen möchten, kann man die Bücher von Bart Ehrman, von Karl-Heinz Kubica natürlich und von Karl-Heinz Deschner empfehlen. Die gehen gerade auf diese Fragen sehr detailliert und mit kritischem Auge ein. Das zweite Beispiel, über das ich mich auch ein bisschen geärgert habe, betrifft die Aufklärung. Zugegeben, es ist eine nur ungenau datierbare und schwierig zu beschreibende historische Entwicklung, diese Aufklärung, aber trotzdem. Also die Darstellung McCullochs ist da aus meiner Sicht viel zu kurz und stark romantisierend. Erstens entgeht ihm, wie wichtig und einflussreich der Rückgriff der italienischen Renaissance-Humanisten auf die antiken Schriften war. Einfach weil dadurch die mit Gewalt vorgegebene enge christliche Fragestellungen, christliche Denkkorridore und christliche Moralvorstellungen wirkungsvoll aufgebrochen wurde. Ja, da die Renaissance-Humanisten, die haben die Fenster aufgemacht und einfach mal durchgelüftet. Zweitens ist die Behandlung der wissenschaftlichen Revolution, also mit Sicherheit einem Kernstück der Aufklärung, ziemlich schwach. McCulloch hat einfach nicht erkannt, wie stark und einschneidend die Entwicklung dessen, was wir heute als Naturwissenschaft kennen, tatsächlich auf allen Ebenen mit religiösem Denken und somit mit dem Christentum gebrochen hat. Und eben deshalb auch von Christentum und seinen Institutionen erbittert bekämpft wurde. Ja, die haben ja nicht einfach gesagt, schön, dass wir jetzt ja neue Theorien zum Kosmos, zum Universum, zur Physik haben. Nein, nein, die haben sich da massiv dagegen gewehrt. Aus gutem Grund, wie man weiß. Also mein Verdacht ist jedenfalls, dass McCulloch an dieser Stelle einfach auch die Fachkenntnisse zu Philosophie, Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie fehlen. Kleiner Tipp an die Leser. Ich habe gerade ein exzellentes Buch zur wissenschaftlichen Revolution gelesen. Der Autor heißt David Wooten. Das Buch heißt The Invention of Science und ist auch bei Penguin im Jahr 2016 erschienen. Das dritte Beispiel, über das ich mich geärgert habe, es betrifft die Rolle der Christen und ihrer Kirchen bei der Entstehung der Diktaturen in Europa zwischen den beiden Weltkriegen. Hier wirkt McCullochs Darstellung der Aktivitäten der christlichen Kirchen auf mich deutlich beschönigend. Vielleicht liegt es an seiner anglikanisch-britischen Perspektive. Es ist klar, dass man aus deutscher, kontinentaleuropäischer Sicht da andere Schwerpunkte setzt. Aber speziell die beiden Pius-Päpste, immerhin zwei entschlossene Steigbügelhalter Mussolinis und Hitlers, kommen da angesichts des Forschungsstandes ungebührlich gut weg. Und das weiß man nicht erst seit gestern, wie das da gelaufen ist. Es wird auch nicht klar, wie stark, vor allem wie systematisch und wie früh die allermeisten christlichen Kirchen die ganzen faschistischen und nationalsozialistischen Bewegungen in Europa gefördert und aktiv unterstützt haben. Kann man bei Deschner in seinem Buch mit Gott und den Faschisten nachlesen. Auch kürzer hat ein Buch dazu verfasst, The Pope and Mussolini, und da sämtliche Thesen, die Deschner formuliert hat, weitgehend bestätigt. So, soweit zur ersten Kernschwäche, die mir bei dem Buch aufgefallen ist. Also an einigen Stellen ist einfach zu kurz und zu oberflächlich. Die nächste und zweite Kernschwäche ist vermutlich durch das Gliederungsgerüst, bedingt für das sich der Autor entschieden hat, um die Materialfülle zu ordnen. Was heißt das genau? Also mir fehlen zu einigen sehr dunklen Aspekten des Christentums Überblicksdarstellungen beziehungsweise eine kompakte Zusammenfassung über die einzelnen Erzählstränge des Buches hinweg. Ohne diese Zusammenfassung sehe ich die große Gefahr, dass diese christlichen Traditionslinien im allgemeinen Erzählfluss so ein bisschen untergehen und in ihrer Ungeheuerlichkeit gar nicht richtig eingeordnet werden. Auch dazu gleich zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist die extrem stark ausgeprägte Traditionslinie des Judenhasses und der Judenverfolgung im Christentum. Also die Problematik taucht zwar immer wieder an verschiedenen Stellen auf, McCulloch arbeitet aber nicht wirklich die Systematik, die Dauerhaftigkeit und wirklich die tiefe theologische Verwurzelung dieses Phänomens in der christlichen Religion heraus. Er verschweigt das Thema nicht. Er bündelt nur die einzelnen Aspekte, nicht zu einem wirklich aussagekräftigen Gesamtbild. Da fehlt mir ganz konkret diese kompakte Zusammenfassung und Bündelung. Sehr schönes Buch zu dem Thema auch hier. Nebenbei ein kleiner Tipp an die Hörer des Ketzer-Podcasts von David Kürzer, The Popes Against the Jews. Eine sehr ausführliche Betrachtung des Umgangs des Vatikans mit den Juden im Vatikanstaat. Und der Vatikan hatte dann Maßstäbe und Musterbeispiele für diesen Umgang für die ganze Christenheit gesetzt. Das zweite Beispiel, das mir zu wenig kompakt und fokussiert behandelt wird, es betrifft die sogenannte christliche Sexuallehre. McCulloch geht zwar immer wieder auf die einzelnen Aspekte dieser Thematik ein. Mir fehlt aber auch da der kompakte Überblick. Ohne den würde ja das ganze Ausmaß von religiösem Wahn und christlicher Unmoral bei dem Thema gar nicht klar. Die Klassiker dazu sind auch bekannt. Von der Frau Ranke Heinemann das Buch Einruhen für das Himmelreich. Wieder von Deschner das Buch mit dem Titel Das Kreuz mit der Kirche. Zur Entlastung des Autors möchte ich aber darauf hinweisen, dass 2015 bei der BBC eine mehrteilige Dokumentation mit dem Titel Sex and the Church gesendet wurde. Vermutlich hat er dann auch gearbeitet und die Lücke so geschlossen. Ich habe die Fernsehserie noch nicht gesehen. So, das führt mich zur dritten und zur letzten Schwäche des Buches, auf die ich näher eingehen möchte. Die dritte Schwäche liegt in dem Verzicht, typische und sehr einflussreiche christliche Argumentationsmuster herauszuarbeiten und die ein bisschen zu analysieren. Das ist jetzt eher so ein philosophischer Punkt. Was heißt das genau? Also die Christen haben ja immer wieder voller Elan und mit reinstem Gewissen Gewalt ausgeübt, andere schikaniert, andere diskriminiert, Menschen gefoltert, unterdrückt, versklavt und so weiter und so fort. Das findet sich auch alles in Mekuloks Buch. Der lässt da kaum was weg und verfällt auch nicht in plumpe Apologetik. Aber, aber, diese ganzen Verbrechen und Gräueltaten, die wurden ja mit hohem theologischen Aufwand unter Rückgriff auf Glaubensinhalte und die Bibel ausführlich und sorgfältig legitimiert und begründet. Und zwar sehr oft gerade durch die führenden Köpfe der Christenheit, wie Kirchenlehrer, Heilige, irgendwelche Lichtgestalten der Reformation wie Luther oder Zwingli oder Päpste und Professoren. Und genau die Darstellung dieser Argumentationsstrategien, die vermisse ich sehr oft. Es ist ärgerlich, weil diese Argumentationsmodelle historisch ja sehr einflussreich waren und sind und eigentlich wirklich man erst vor dem Hintergrund dieser Argumentationsmodelle oder Argumentationsmuster verstehen kann, was da eigentlich los war. Mekuloks sagt so explizit, dass es ihm nicht darum geht, über die Wahrheit des Christentums zu diskutieren. Das heißt aber nicht, dass man auf eine Analyse von Argumentationsmustern verzichten sollte. Gerade für ein Verständnis historischer Entwicklungen und Ereignisse sind diese ja sehr oft sehr interessant. Ich möchte mal ein Beispiel geben, damit es auch klar wird, was ich mit meiner Kritik eigentlich meine. Wenn ein Historiker den Übergang der Römischen Republik in Diktatur und Kaiserreich beschreibt, dann interessiert mich natürlich neben einer Schilderung der Ereignisse, wann oder welche Schlacht stattgefunden wird, was gemacht, auch die folgende Frage. Wie haben denn die beteiligten Parteien oder deren Hauptvertreter, zum Beispiel Cato, Cicero, Cäsar, Antonius, Augustus, also wie haben diese ganzen Personen argumentiert und ihre Taten begründet? Welche grundsätzlichen Argumentationsmuster gibt es da? Ich möchte ja verstehen lernen, was sich damals abgespielt hat und dazu brauche ich eine rationale Rekonstruktion der Argumentationslandschaft, unabhängig davon, ob man sich auf eine Debatte einlassen möchte, wer jetzt da recht hat und wo die Wahrheit liegt. Und genau diese Ebene der Betrachtung beziehungsweise der Analyse, die fehlt mir zu oft bei McCulloch. Ein gutes Beispiel dafür, wie das aussehen könnte, liefert der französische Mittelalter-Experte Philippe Bück in seinem Buch Heiliger Krieg. Ich habe das Buch bei Amazon kurz rezensiert und das dort mit fünf Sternen sehr empfohlen. Also Bück, dieser Philippe Bück, der analysiert detailliert und sehr überzeugend, welche Argumentationsmuster und Denkstrukturen des Christentums über die Jahrhunderte hinweg ausgearbeitet, theologisch gepflegt und weitergegeben hat, um Gewalteinsatz zu legitimieren. Und oft auch eben diesen Gewalteinsatz nicht nur zu legitimieren, sondern aktiv zu fordern und zu betreiben. Man sieht dann über solche Analysen sehr schön, dass und warum Gewalt ganz tief im Christentum und dessen theologische Ausgestaltung verwurzelt ist. Und genau diese Einsicht, die fehlt bei McCulloch oder fehlt mir bei McCulloch. Die Nähe des Christentums zu Gewalt und Intoleranz, die ist ihm zwar klar, das hat ja auch mein Eingangszitat bestätigt, in dem er noch mal kurz zur Erinnerung an die Hörer, er bestätigt ja, dass das Christentum von den großen Religionen wahrscheinlich die intoleranteste im Umgang mit andersdenkenden und andersgläubigen Menschen ist. Er arbeitet aber jetzt nicht heraus, dass die Erklärung dafür ganz tief in ganz zentralen Glaubensinhalten zu finden ist. Gewaltbereitschaft und Intoleranz gehören meiner Ansicht nach zur theologischen DNA des Christentums. Es handelt sich dabei nicht um einen Betriebsunfall oder um einen theologischen Irrweg. Und solche Dinge erkennt man eigentlich nur, wenn man sich die Mühe macht und mal tiefer gräbt, hinter die Ereignisse geht und die Analyse dieser Denkstrukturen und theologischen Argumentationsmuster vornimmt. So, soviel zu den drei Kernschwächen, die mir bei diesem Buch von Mekulok über die Geschichte der Christenheit aufgefallen sind. Ich möchte jetzt meine Rezension mit der Gesamteinschätzung abschließen. Das Buch ist mit den erläuterten Einschränkungen und Warnungen durchaus lesenswert. Das habe ich, glaube ich, auch klar begründet, warum. Ich persönlich nutze es als Informationsquelle für den ersten Überblick. Wenn mich irgendeine Frage interessiert, was ist da gelaufen, wer hat was gemacht, da ist es wirklich zuverlässig. Mir ist aber auch klar, dass man zu vertiefender Literatur greifen muss, um ein wirklich zuverlässiges und abgerundetes Bild des Christentums, seiner Inhalte und seiner Entwicklung zu bekommen. Einige Werke, die das leisten können, habe ich ja im Verlauf meiner Rezension für die Hörer genannt. Aber man muss auch fairerweise sagen, das gilt für jede Überblicksdarstellung, die so ein Riesenthema behandeln möchte, dass man nicht an jeder Stelle in die nötigen Details einsteigen und die vertiefen kann. Auf jeden Fall werden über die Lektüre des Buches drei Dinge klar. Erstens, die atheistische Skepsis. Es könne sowas wie eine halbwegs klare christliche Kernbotschaft geben, die es absolut berechtigt. Um Franz Buckel es sinngemäß zu zitieren, die Christen wissen wirklich nicht, was sie eigentlich glauben oder glauben sollten. Sogar zu absoluten Kernthemen, wie der Frage nach der Dreieinigkeit bzw. deren Identitätsverhältnissen, also in welchem Verhältnis stehen jetzt Gott, Vater, Gott, Sohn, der Heilige Geist und so weiter. Da herrscht heillose Unklarheit im Christentum. Übrigens ist laut McCulloch auch die Voodoo-Variante auf Haiti stark christlich geprägt, war mir auch neu. Aber das ist ein sehr starkes Argument, ein historisches Argument von atheistischer Seite, das durch dieses Buch auch belegt und veranschaulicht wird. Zweitens wird über die Lektüre dieses Buches klar, also die Art und Weise, wie die verschiedenen Äste und Zweige des Christentums über die Jahrtausende hinweg bis in die unmittelbare Gegenwart hinein miteinander umgehen. Ja, also das ist einfach Ausdruck tiefster Unfähigkeit zur Toleranz und Respekt vor Andersdenkenden. Das zieht sich wie ein ganz, ganz dicker roter Faden durch diese Jahrtausende christlicher Geschichte hindurch. Und dies natürlich auch Ausdruck einer ausgesprochen entspannten Haltung zum Thema Gewalteinsatz. Die Christen haben es im Grunde nie geschafft, friedlich miteinander auszukommen. Dabei ist vom Umgang mit anderen Religionen oder Artisten noch gar nicht die Rede. Ja, aber genau diese ständige Zerstrittenheit, diese vollkommen Unfähigkeit auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und diese Unterschiede, diese Meinungs- oder Glaubensunterschiede auch mit Gewalt auszutragen, auch das wird im Buch ordentlich herausgearbeitet. Und drittens zeigt McCullochs Darstellung in aller Deutlichkeit, dass ständige Aufspaltung, Abgrenzung und ja so Sektierertum, also ganz offensichtlicher Wesensmerkmal des Christentums sind. Man hört ja von religiöser Seite immer wieder irgendein Geplapper wie, ja die christliche Ökumene ist angesichts der Herausforderungen auf dem guten Weg, die brauchen wir unbedingt. Also das ist schlicht und einfach historisch betrachtet, Phrasendrischerei. Die haben es bis heute nicht mehr geschafft, so etwas wie ein gemeinsames Grundgerüst für den Gottesdienst oder systematische gemeinsame Gottesdienste hinzukriegen. Und wie man auch vor dem Hintergrund so etwas behaupten kann, wie dass man das Christentum für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt benötigt. Das ist mir schlicht und lang auch ein Rätsel. Das sollte sich auch vielleicht mal unser Herr Innenminister de Maizière klar machen, wenn er das nächste Mal das Christentum als Teil unserer Leitkultur bezeichnet. Also, summa summarum, wer glaubt, das Christentum sei eine Religion des Friedens, der Toleranz und darüber hinaus für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig, dem kann man die Lektüre dieses Buches eines christlichen Autors nur empfehlen. Ja, immer daran denken, das hat ein angesehener christlicher Theologe geschrieben. Es wird dann sehr schnell klar, dass das Christentum zutiefst unfriedlich ist, nur einen sehr peripheren Bezug zur Toleranz gegenüber den jeweils Andersdenkenden aufweisen kann und in aller Regel Gesellschaften durch Sektiratum, Ausgrenzung und offensive Intoleranz spaltet. Und das führt mich zu meiner Schlussbemerkung. Der mit Abstand wirkungsvollste Ansatz, Religion zu befrieden und ihr Schadenspotenzial einzugrenzen, ist ganz einfach der säkulare Rechtsstaat und die offene Gesellschaft, die dieser säkulare Rechtsstaat ermöglicht. Da haben wir was, was nicht selbstverständlich ist und was man auch als nicht selbstverständlich erkennen sollte. Liest man das Buch von McCulloch von Anfang bis Ende, dann sieht man sehr schön, wie wenig selbstverständlich eine stark säkularisierte Religion, wie es das Christentum bei uns mittlerweile ist, tatsächlich ist und wie viel Arbeit, wie viel Ausdauer und wie viel Opfer dieser Prozess auf allen gesellschaftlichen Ebenen erfordert und schon erfordert hat. Also, liebe Ketzer, es gibt noch viel zu tun. Dranbleiben, nicht lockerlassen, nichts gefallen lassen. Aufklärung und Säkularisierung sind keine Selbstläufer. Aber das kriegen wir hin. Ja, vielen Dank Dr. Ettmüller. Das Buch hat fast 1200 Seiten, trotzdem ist es recht erschwinglich. Die gebundene Ausgabe kostet bei Amazon 24,45 Euro, das Taschenbuch 14,99 Euro und die Kindle-Version 12,99 Euro. Eine deutsche Übersetzung habe ich nicht gefunden. Dr. Ettmüller hat auch ein interessantes Buch verfasst, die Legende von der christlichen Moral, warum das Christentum moralisch orientierungslos ist. Dazu gibt es auch ein ausführliches Interview mit ihm, hier beim Ketzer-Podcast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017